was geht youtube so mäßig was die bitzen heute sind am start so bruder rein in die runde ich bin gespannt jetzt ohne adi ohne dings und so scheiß auf die man direkt epische meinst du ja ich hole direkt dings hier ich lade erst mal direkt dieses eine video hoch also das was ich jetzt mache das lade ich dann hoch um einfach nur dann zu gucken weißt du ja mann ich hab voll lange nicht mit fortnite gezockt digga kann ja gut werden dann bruder glaubt mir diese makine ich sehe immer bei tik tok mit tok und so bruder dieser barello ne wer ist das kennst du nicht auf tik tok meine freunde gibt mir fremd mein herz brennt ach das ist der der mit dieser dings ne mit dieser wie heißt oder der macht immer um fünf uhr essen und so ich sehe dass man auf tik tok ist neue map nein aber ich sehe da hinten auch so irgendwas kommen wir dahinten siehst du das dahinten kann man jetzt kräft bekommen nein oder das ist doch erst allerdings jetzt gehen wir rein in die runde ich weiß ich keine ahnung sagt du markier nein bruder warum weiß wenn ich markiere oder da macht nicht so mache ich diese machen jetzt mal da wir gehen wohnen dahin da haben kommt hier hat die allah hast ich ja das ist aber dann nein bruder dann wird das keine epische scheiß auf dem jalla bismillade rein oder hier sind auch traktoren die du benutzen kannst ich habe bei mir eine krone an also meine krone oho ich weiß sieВ kuc 은 direkt bei uns am haus oha cüsch wir haben einen bruder wir haben ihn gib ihn er stirbt nicht der eine ist auch noch da der andere ist im haus da komm lass ihn direkt holen was ist das lan was ist das lan was ist das lan wow was machst du valla ich hab keine ahnung wo der der hier bei mir ab ihn ab ihn wo ist die schon wieder ich hab hier diese wurzeln auch gefunden bruder das ist irgendwas mit dings valla irgendwas mit schmeiß mal dann siehst du was das macht echt jetzt ne ich weiß warte ich guck jetzt wenn ich draußen bin siehst du boah kommen richtige zwiebelfarben kannst du richtig dings machen bruder was ist das ist das weich dicker ich hab nix bruder da vorne unseren gegner komm hey bruder chill ich hab nicht viel animation scheiß drauf komm ja ich komme entspann dich dir warte ich muss erstmal klarkommen hier warte ich hab snipe lass die von hier abschießen wo ist die da heiz sich von der leine lo ja man stabil da heiz sich kein mensch bruder hier ist ein armer Stark! Bruder, wer schießt hier? Irgendwo sind Shots. Bruder, hier hinten. Markier lang. Bruder, du hörst das doch. Bruder, du hast den Kissier vergessen. Am Bus wird jemand geholt? Nein, nein, das ist kein Bus. Bruder, das sind glaube ich nur Teutschraketen. Bruder, einer ist noch. Hier. Das ist einer. Ja. Ich habe ihn. Ja. Bruder, wir haben die Hubs genommen. Ha 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 ha. Was war das Loo? Was war das Loo? Oh. Bruder, was machst du da dann? Oh, warte. Warte. Bruder, was ist das denn hier? Das ist... Was ist das? Die Dinger hat, äh, Dings hier, Fortnite das letzte Mal gepostet. Was macht der hier? Ey, jemand wohnt da hinten geholt, ne? Wo? Da hinten. Komm, lass den holen, Digga. Ey, Ju, wenn du ein paar Waffen brauchst hier, ne? Boah, Digga. Ja, ich würde auf jeden Fall so eine goldene MAD nehmen, Digga. Wo hast du MAD? Ja. Das ist HKMD hier. Wer ist das Loo? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß nicht. Bruder, da hinten sind Shots. Hallo. Hat er ab? Boah, ich sehe den. Links vom Haus. Schießt. Der ist im Haus, glaube ich. Aha. Ja, der ist im Haus. Wo ist der? Warte schon, Bruder, nachladen, Alter. Nimm den drauf, den Kick. Nimm die Sachen. Hab ich. Die sind auch noch irgendwo, Schatz. Hier, Bruder. Ich gönn. Digga, wo sind diese ganzen Shots? Da hinten. Ich sehe keinen. Doch da, am Baum hier. Was ist denn? Einer ist da. Ich treffe dich nicht. Ab ihn. So, aber da ist noch einer, glaube ich. Digga, wo ist meine Pump jetzt? War hier nicht noch einer? Kann ich dir gar nicht sagen, Bruder. Oh ja, ich kriege Shots ab, aber weiß nicht von wo. Nix von uns. Ja, Mann, stark. Oh, Bruder, ich brauche mal eine MP. Oh, wir wurden gescannt. Digga, ich brauche mal eigentlich hier so eine MP, Alter. Ich nehme mal nur kurz so einen Pilz. Geht nicht. Ey, Bruder, was sind diese Qualen hier? Die springen wir dagegen. Die springen dagegen? Du kannst dagegen spielen. Ah, stark. Da sind Shots, Shots, Shots. Ah, da hinten ist der Botter. Oh, Bruder. Oh, das ist ein ganzes Team, so. Mach nicht viel Dings, Bruder. Versteck dich. Einen habe ich. Ach, den anderen habe ich auch gleich, Digga. Oh, der hat sich weg, äh, Dings gemacht, Digga. Hast du den einen komplett rausgenommen? Ja, ich nehme den gerade komplett raus. Sauber, sehr stark. Boah, Bruder, hier ist ein Hammer, wenn du willst. Scheiß auf Pump, Digga. Wo bist du hin, Land? Der andere ist mit einem Rift abgehauen. Der holt seinen Typen bestimmt, 100%. Soll er ihn holen? Dann holen wir ihn auch. Boah, hier war auf jeden Fall Digga. Oh, oh. Was? Oha, Kamian, Janan? Wo ist der? Ich habe den wegge... Ich habe keine Ahnung. Sag, wo ist der jetzt? Was? Bruder, ich habe den irgendwo hingehauen. Der hat mäßig Kamehameha gemacht. Der Bastard. Digga, waren wir nicht eben hier schon? Ja. Wo ist der denn? Bruder, hier ist ein Schild, wenn du brauchst. Oh, ja, mein Buschkrieger. Stark. Bruder, ich muss mir kurz blaue Dings geben. Wo ist der Land? Keine Ahnung. Digga, ich habe richtig wie so ein Vollidur Dings gemacht. Boah, ich nehme diesen Schild mit, ne? Vielleicht brauchen wir das ja noch. Ey, keine Ahnung, wo er sich versteckt. Wallah, so wie so ein richtiger Vollidur Dings. Hier, hier, hier. Wer ist hier? Boah, Bruder, der hat mich schnell. Der ist hier schnell. Der ist hinter diesem Fahrzeug. Stark. Sehr stark. Digga, was war das für ein Kamehameha? Keine Ahnung, Bruder. Wir müssen auf jeden Fall blue life, blue life und so. Hat der da irgendwas gehabt? Hier, hier ist doch diese Kamehameha. Stark nehme ich mit. Warte, Bruder, ich muss in Busch gehen. Mein Leben lädt sich dann von alleine auf. Hast du Busch gekriegt oder? Ja, Mann. Hier ist doch Busch. Da, 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 da. Ich brauche nur blue life gleich. Wallahi, das brauche ich auch. Aha, Shots. Von wo? Was? Ah, von da oben. Shots von da oben. Ich glaube, das war ein Bot. Oh, kann doch nicht. Ach du? Was war das denn? Nein. Nein. Bruder, irgendeiner. Haut das Schiener, macht das Schiener. Bruder, ich nehme kurz diese Getränke hier. Bruder, hier ist überall blue life. Nimm die. Gönn dir, Bruder. Auf den Nacken von mir. Ah, hier. Bruder, hier kommt schon wieder irgendwas. Nein! Was ist los? Das war ich aus Versehen. Scheiße, wo ist meine Waffe jetzt? Scheiße, wo ist meine Waffe jetzt? Ich fick doch mein Leben, ey. Was habe ich denn weggemacht jetzt? Digga, wo ist meine Waffe? Oh, Bruder, hier ist wieder so ein Ding. Bruder, ich bin im Fight, Fight, ich bin im Fight. Einer tot. Stark, ich komme. Was? Wo bist du? Ich sehe einfach nicht, wo du bist da hinten. Wo ist der? Wir sind alle tot. Echt? Ja. Stark. Ich brauche immer noch blue life. Bruder, scannst du uns ganze Zeit? Bruder, keine Ahnung. Ich glaube, ich scanne. Wallah, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt, Digga. Das ist wie, als würdest du ein anderes Spiel spielen. Aber wir haben 15 Kills, du? Bruder, ich habe nur 3 gemacht. Boah, das ist echt traurig, Digga. Wallah, traurig. Aber ich habe dir gesagt, Digga. Direkt episch. Bruder, chill das noch nicht. Aha, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Mein Sniper. Das ist die erste neue Kamehameha. Und das ist der Kamehameha. Das ist der Kamehameha. Töne, du bist das. Bullah, wenn ich schon sanguchu bin, dann auch Kamehameha machen kann, Leute. Bruder, letzten zwei, ne? Was? Wallah Echt jetzt, Bruder, das ist unser Sieg Einfach direkt aufhielt Ich brauche immer nur Bluelife Chill, chill, ich brauche Bluelife, Digger Ich habe immer noch kein Bluelife Oh, Ottachina, Ottachina Bruder, was ist das Ding hier unten? Das ist das, wo du diese Kamehameha bekommst Nein Doch Wallah, da kommt jetzt was runter Da kommen die Dings gleich runter Bruder, pass auf, hier sind es noch zwei Ja, ich bin entspannt, Digger War immer noch Bluelife Oh, was ist das Lan? Bruder, das ist das Stabil Bluelife Nein, ich habe schon wieder Kamehame gemacht Egal, gib mir Deckung, ne? Nein, ich sage, gib mir Deckung Hier, Hakan, hier ist auch diese Bluelife, wenn du willst Ey, diese Kamehameha Nein, nein, Bruder, brauche ich nicht Okay, wo bist du? Wollen wir mit Zonen laufen, oder was? Bruder, wir sind da schon fast am Ende, du Digga, ich suche meinen Dings hier, diese Flammenpfeile Aber das ist, glaube ich, da oben irgendwo jetzt Aha, Bruder, da hinten Da hinten Wo, wo? Da, 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 da Die schießen mit Bazooka, siehst du nicht? Ja, ja Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Ich bin tot Bruder, die pushen beide Lan Wo ist es lan? Oh, das schaffst du, Audi Wer ist hier, der ist hier Ah, Mann, ach du scheiße, Bruder Ich schwöre, diese Kamehameha und so, das hat mich richtig abgelenkt Ich nehme das nicht mehr Einfach Tarsan hat gegen uns gewonnen, Bruder, ja Wer? Scheiße, Tarsan, guck dir mal den an Er freut sich Tarsan? Ach, Digga Scheiß drauf Egal, aber fährst du Runde gut? Ja, Bruder Bruder, guck mal, das waren PC-Spieler Egal, Bruder Wir machen nächste Runde Cool Ich bin mit mir